Als ich klein war, habe ich auch meine Eltern verloren. Aber ich habe ganz tolle Pflegeeltern gehabt. Und das wünsche ich dir auch. So ein bisschen Hackeln kommt ja in die besten Familien vor. Und das wird jetzt ja wirklich nicht ausschlaggebend sein, oder? Das müssen Sie schon mir überlassen, was ich dem Familiengericht empfehlen werde. Freilich, sollten Sie uns dann informieren? Selbstverständlich. Wiederschauen. Er geht raus, spielt Fußball, ist unter Leuten. Das ist ein völlig neuer Junge. Und deshalb werde ich dem Familiengericht empfehlen, dass er da bleiben kann. Na, oder? Das ist ja... Das ist ja... Aber... Das Familiengericht hat das letzte Wort. Von mir kommt da nur eine Empfehlung. Ja, ich weiß schon, aber... Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.